ARD Text im Auftrag von Funk Sieht man von unten, aber zu Fuß läuft die eh keiner lang. Und von oben siehst du die glaub ich nicht, wir haben ja auch nix gesehen eben. Wir haben 100 Pro außerhalb Autos, auch noch Zelt oder so gehabt. Gear? So, was benötige ich denn dafür? Eigentlich nur... Boah, was wir da für'n Loot haben. Soll ich mal eben googlen, wie man diese Löcher macht, diese Stashes? Vielleicht haben wir ja schon genug dafür. Ja, kannst du machen. Sandbags, ich teste einfach mit Sandbags. Ja, damit machst du auf jeden Fall das kleine Löschlein. Build, create stash. Warte, muss ich Stash machen oder muss ich das andere machen? Äh, das weiß ich nicht. Ich hab's noch nie gemacht, so. Okay, scheiße, jetzt hab ich... Ganze Komplettbild, okay, ja. Wir bauen das mal einfach hier hin. Wir gucken jetzt mal. Jetzt wird's jetzt gebaut. Ich hoffe, man darf die... Ja, sieht ganz gut aus oder so. Wird man von unten sehen. So sehen die aus. Mega getarnt. Ach, jetzt kann ich ein Upgrade Stash machen, okay. Missing Wood Pile to Upgrade Storage, okay. Haben wir eine Wood Pile noch? Ich mach mir einfach einen. Ne, muss wahrscheinlich hacken. Ich hoffe, der Helikopter wird in der Zeit nicht geklaut. You must be in a forest close enough to a tree to harvest wood. Ähm, ja gut. Ich glaube, ich bin in einem Wald. Hallo? Ah, jetzt geht's. Okay, der Baum möchte nicht. Der eine Baum, da hat Greenpeace gesagt, ne, heute nicht. Der Baum funktioniert? Nein, 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 nein. Mein Headshot ist kaputt. Kacke, wieso geht denn das immer kaputt? Immer dann, weil man's nicht braucht. Aber ich hatte... Wir hatten die Sachen zum Repairn, ne? Ich hoffe, wir haben alle richtig mitgenommen. Rapid erstmal weg. Im Heli war ja auch noch ne Menge Stuff, ne? Okay, okay, passt. Wir haben auf jeden Fall ein Holz. Wir wollen ja auch den Baum nicht abfällen. Wir möchten ja noch ein Stück Holz. Wir brauchen einen Wood Pile. Das ist das kleinste. Gucken wir erstmal hier. Hier. Nägel haben wir schon mal da. Raw Bacon? Ne. Damit kann man nix repairen. Okay. Lass uns eben zum Heli. Wir kommen gleich wieder. Können wir zum Spielen. So, Leute. Wir sind wieder da. Jetzt haben wir nämlich ein Ducktape geholt vom Heli. Und wir hatten noch ne Wood Plank, glaube ich, in der Tasche. Wood Plank, Wood Plank. Bin ich blöd? Sag nicht, ich hab die im Heli gelassen. Soll ich die eben holen gehen? Mhm. Ah doch, hier. Leather. Leather hieß es. Ähm. So. Jetzt können wir nämlich fix Headset machen. Okay, er fix ist. Zum Glück. Oh mein Gott, hätten wir das nicht dabei? Dann könnten wir das nicht machen. Aber ich hab auch ne Axt. Ich hab auch ne Axt. Okay. Hast du geschossen? Nein. Hat er gedacht eine geschossen? Nein. Könnte können. Okay, dann war das einfach die Animation oder der Sound, das hier repaired hat. Alter, ich hab gerade einen Herzinfarkt durch die Holz, äh, durch das Holzgeräusch gekriegt, ey. Ja, bei mir kam grad, ich hab mein, ich hab das repaired, auf einmal gekommen, so BOOM. Ich dachte, das war toll. War das ein Dishka? So ein Schuss von der Dishka? Oder ein Schuss vom Helikopter? So, wir haben jetzt zwei Wood Piles. Okay, das bedeutet, wir können das jetzt upgraden, oder? Sag bitte, wir können das upgraden. Warte, Upgrade Stash. Okay. Dim, 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 dim. So. Upgrade done. Okay, es wird nicht größer oder kleiner. Hier. Aber wir haben vier Plätze dazu bekommen. 14 Platz hat das jetzt. Okay, nochmal. Jedes Upgrade kostet anscheinend einmal ne Wood Pile. Upgrade done. Hat jetzt schon zweimal plus. Hat jetzt schon ein A. Okay. Okay, hat ein A Platz. Ich hoffe, das ist, äh, was Gutes. Machen wir uns nochmal zweimal Wood Piles. Oh, kannst du den Zombie eben? Ja. Zerstören. Okay. Und Heine. Wichtiges Heine, damit keiner die Leiche sieht. So, jetzt haben wir schon drei Sterne. Oder drei Plus Zeichen. 18 Platz. Okay, einmal können wir noch. Die Sache ist, man kann keine Waffen oder Tools lagern. Ich weiß nicht. Ne, ich glaube nicht, oder? Ne, das wird nicht größer. Das sah ein bisschen aus, als wäre es ein bisschen größer geworden. So 20 Platz haben wir schon. Kommen wir aber nochmal upgraden. So, ich muss nochmal Holz holen. Leute, wer nachher ich spekulieren soll. Wo ist es? Irgendjemand schafft es bestimmt mit unserem Platz. Ich weiß nicht. Die schaffen das anhand der Tannen oder so. Einfach rauszufinden, wo wir unser Lager haben, weißt du. Und dann haben wir den Salat. Aber ich glaube trotzdem, dass wir hier ziemlich safe sind. Oh, oh. So, Bunlock, perfekt. Lauf mir da dahin. Ach, du hast auch gemacht. Ja, ja. Ich mach mal ein bisschen weiter. Ich versuche, so wenig wie möglich von der Umgebung zu zeigen. Damit die Leute nicht rausfinden, wo wir die Base haben. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich glaube, das kann man gar nicht. Doch, das kann man. Upgrade Stadium, Medium, okay. Ein, ein, eine Schusswaffe ist da drin. Okay, wir machen immer weiter upgraden. Braucht man da echt nur Holz für? Ja. Oh, mega cool. Bei mir dreht sich alles so. Ja, ja, das ist, wenn du arbeitest. Das ist allgemein immer so. Das auch, wenn du rumläufst. So, ich hab noch mehr Wood Piles. Cool. Da gibt es auch noch einen großen wahrscheinlich, ne? Das ist ja Medium. Medium 2. Upgrade done. Missing Nails. Ach du Kacke, jetzt brauchen wir noch Nägel. Jo, das hat schon vier Waffenplätze in 75 Slots. Mhm. Nägel hatten wir eben irgendwo. Kannst du nochmal Zombie töten? Ja, selbstverständlich. Einmal Nägel haben wir sogar dabei. Oh. Doch nicht weg, du Zombie. Bleib hier. Lass uns hier hin. Warte, warte. Nicht mich, nicht mich, nicht mich. Komm ihn weg. Okay, geh. Acht Plätze, 100 Slots. Kann man nochmal upgraden? Man kann nochmal upgraden, aber wir haben keine Nägel mehr. Missing Nails. Wir brauchen jetzt Nägel. Weiß, wo vielleicht welche sein könnten. Ich hab doch mal bei einer bestimmten Stadt ein Zelt aufgestellt. Da hatte ich auch Nägel reingepackt. Okay, aber wir können jetzt erstmal alles lagern. Das reicht auf jeden Fall. Ja. Ich pack auch die M14 hier rein. Okay. Ich hab dann die M4. Ja, okay. Das wär perfekt. Ähm. Ja. Ich helf mal eben mit umpacken. Zack, zack, zack. Dann geht das alles schneller. Ja. Wir stellen den Unterrest da. Die Frage ist halt, ne. Wenn hier... Ich glaub nicht, dass hier jemand... Das ist ganz am besten. Hier geht eigentlich niemand. Niemals jemand lang. Denk ich nicht, ne. Lohnt sich nicht für eine Scheune hier hinzugehen. Eben. Wenn wir das... Der Pass auf jeden Fall hier rein. Dass wir den hier irgendwie so einparken. Dann sieht man den von oben nicht. Das geht nur darauf dann... Dass man den von oben nicht sieht. Kein Spieler hier. Extrem aufpassen, dass kein Spieler und so. Ich pack da sogar so. Dass wir ziemlich safe looten können. So, der Heli hat nur die Waffe. Jerrycans. Ja. Nehmen wir die Jerrycans. Ich weiß nicht, wie viel Platz nehmen die mit. Bei... Scrap Metal kann man... SVT Dragon of Magids Metal Sheen. Clean Piece of Metal Sheen. Wofür kann man das benutzen? Ich weiß es nicht. Ich hab sowas noch nie gefunden. Glas können wir mitnehmen. Vibes mitnehmen. Und Splint. Ja, ok. Toolbox. Nehmen wir eine Toolbox noch mit. Du kannst schon mal Auto wieder hinfahren und abbauen, wenn es klappt. Ja. Hier sind grad nochmal 10 Zombies gespawnt. Wird die wahrscheinlich erstmal alle tot fahren. Krass. Wie viele Zombies wir hier erzeugt haben. Lol, so hast du den geparkt? Ja. Ja. Boah, ich hoffe der spawnt auch so. Aber sollte schon... Sollte schon klar gehen. Ich dachte, du stellst dir ganz normal gerade da hin. Ja, wir werden es sehen. Ja, ich konnte aber nur einen Reifen abbauen, weil es hat wenig Platz. Ok, passt schon. Ich musste in den Zoo kommen, baue ich noch einen ab. Aber ich kann auch nur zwei abbauen. Ich glaub, die anderen beiden sind zu sehr beschädigt. Ok. Ja, dann passt das. Nimmst du den einfach mit? Ja. Ich bleib hier mit dem Heli sitzen. Vom Heli aus kommen super scouten. Wie viele Zombies da sind. Das ist unnormal, ne? Aber wir müssen gleich unbedingt noch ein Foto machen. Vom Helikopter. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.